Akku, der führende Anbieter von CorporateWare für Beruf, Freizeit und Sport. Sebastian, aus der Startreihe neben Chris Nissen, was heißt das für dich? Ja, das Qualifverein gestern war ziemlich durchwachsen. Über 50 Autos auf der Strecke, da eine freie Runde hin zu zaubern, war echt Wahnsinn gestern. Aber ich freue mich mega, mit Chris in der ersten Reihe zu stehen. Auch einer, der früher DTM gefahren ist, der wird mit Sicherheit auch nichts herschenken. Aber wir sind ja hier zum Spaß haben. Aber ich denke mal, den ein oder anderen Fight wird es nachher schon geben. Der Ehrgeiz ist immer mit. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich weiß ja, was von Arbeit in so einem historischen Fahrzeug drinsteckt. Ich habe das komplett selber gebaut. Von dem her weiß ich schon, wie man damit umgehen muss mit so einem Auto. Da wünscht man jetzt ein tolles, spannendes Rennen für euch. Ja, dankeschön. Dieser Bericht wurde euch präsentiert von HACRO, hält seit 1969. HACRO Textilien halten, was sie versprechen und begleiten Menschen Tag für Tag bei ihrer Arbeit und im Team. Für Beruf, Freizeit und Sport. HACRO 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 Untertitelung des ZDF, 2020